hallo zusammen herzlich willkommen zu einem weiteren video wir fangen dieses video auch direkt tatsächlich mit dem test an wir haben wir sehen könnt hier die neue rtx 3070 in der asus noctua edition oc edition sei auch dazu gesagt und natürlich ich möchte die karte auf jeden fall aufmachen schauen wie es ist aufgebaut gerade was den kühler betrifft das ganze machen wir aber erst nachdem wir die getestet haben denn ansonsten könnte das negative einflüsse auf wärmeladpaste wärmeladpads usw haben deswegen bauen wir die direkt mal ein legen los und schauen uns an wie die sich so schlägt okay einen kleinen blick werfen wir erstmal auf die karte das design ich würde sagen es ist umstritten da scheiden sich wahrscheinlich die geister dran ich persönlich feiere es tatsächlich sehr weil es für mich eine karte ist die extrem technik fokussiert ist da werden alle spielereien ausgelassen das heißt keine gb nichts rein auf die leistung getrimmt rein auf die kühlleistung auf die lautstärke und es gibt eben sehr viele leute die zurecht sowas vorziehen und ob man jetzt das nusseckendesign mag mit dem braun oder nicht das sei mal dahingestellt aber jetzt mal rein technisch gesehen finde ich das extrem geil hier sind die noctua a12 120 mm lüfter drauf zwei stück davon die lüfter sind ja bekannt dafür dass die wirklich extremst gut sind also das ist was was noctua einfach sehr sehr gut kann und da sieht man auch die karte ist extrem groß vier slot design auch das teilweise kritisiert von mir aus gesehen würde ich sagen es gibt nicht so viele leute die so viel platz unter ihrem mainboard brauchen also ich meine da wird ja hier alles bedeckt aber wer hat schon heutzutage noch dual gpu und nicht jeder braucht alle expansion slots sowieso also ich denke man kann auf jeden fall den platz nutzen und so sagen okay wir bauen in dem platz lieber eine grafikkarte mit einem größeren kühler mit besseren lüftern die eben kühler ist leiser ist besser ist schnallen wir es jetzt aber mal drauf das teil ist einfach ein riesengroßer brocken wenn jetzt im windows idle ihr seht semi passiv wie man das natürlich erwarten würde ja lautstärke messung mit diesem ding ist ein problem also niedrigste was ich jetzt messen kann ist 33 dezibel einfach nur das ding ist so leise dass einfach die umgebungsgeräusche hier bei mir in der wohnung selbst wenn nur ein auto irgendwo vorbeifährt das hat alles deutlich lauter das ding ist faktisch unhörbar erster eindruck ich habe jetzt 15 loops im 3d markt im spa extreme laufen lassen also da ändert sich nichts mehr da ändert sich schon sehr lange nichts mehr sieht auch fanspeed 900 umdrehungen ist halt echt ultra wenig und dabei ist die gpu temperatur bei 62 grad celsius hotspot bei 72 würde bedeuten rein theoretisch wenn man das temperatur target anders setzt und sagt okay kein problem soll die karte sich halt mal noch 20 megahertz runter takten ich mache gpu target auf 70 grad celsius dann könnten die wahrscheinlich mit 800 umdrehungen oder sowas laufen absolut krass wirklich ich glaube das ist der beste luft kühler den ich so je im test hatte absolut beeindruckend ihr seht die karte läuft auch durchgehend bei 100 prozent also da passt soweit alles die leistungsaufnahme circa 230 240 watt also genau das was man auch bei einer 30 70 non ti erwarten würde taktraten ja ich würde sagen die ganze zeit so um die 1850 vielleicht im schnitt so bin jetzt gerade am gaming test machen und in 1440p auflösung remnant from the ashes schauen wir uns gleich performance an es ist nach wie vor so dass man die karte von den lüftern her nicht hören kann allerdings schon was die spulen fieben betrifft also ich habe keine ahnung ob man das jetzt so einfach hören konnte wenn ich mein mikrofon hin halte aber die lüfter sind eben alle so leise sowohl vom cpu kühler als auch von der grafikkarte das ist das einzige was man hört spulen fiepen an der karte ist grund dafür ist natürlich auch die etwas höhere frame rate die man jetzt hier hat 1440p mit 150 fps aber es ist ja auch eine region die ich ein 1440p anpeilen würde wenn ich jetzt 165 144 herz monitor habe klar habe ich jetzt nur weiß ich nicht noch ein 60 herz monitor aus irgendwelchen gründen auch immer dann könnte man natürlich dann sagen okay kein problem wie sinken 60 herz was er sich dann kann man das spulen fiepen schon ein bisschen bekämpfen aber ich denke das ist schon sehr realistisch und wenn wir jetzt da mal die werte von der karte anschauen da sehen wir immer noch dass wir unter 900 umdrehungen haben und die temperatur 62 grad celsius also wirklich extremst entspannt natürlich ist es auch so dass es spulen fiepen dadurch dass es ein offener aufbau ist deutlich mehr zu hören ist wenn das jetzt im geschlossenen gehäuse ist je nachdem was es auf dem gehäuse ist dann würde man das deutlich weniger oder vielleicht auch gar nicht mehr hören ich würde sagen die karte hat zumindest mal unseren testparcours mit gaming und auch den benchmarks mit bravour bestanden sowohl temperaturen als auch hilfe geschwindigkeit lautstärke ist halt wirklich wie ich es auch erwartet und gehofft hatte wirklich ein absoluter traum also die karte ist technisch gesehen absolut super natürlich das spulen fiepen ein bisschen nervig wir werden jetzt gleich mal demontieren noch ein kurzes wort zur lautstärke ich habe leider keine 30 70 ergebnisse was die lautstärke betrifft sondern nur 30 70 ti messergebnisse trotzdem denke ich dass man die sich vielleicht zum vergleich mal anschauen könnte und da sehen wir die karte mit circa 33 db mehr als doppelt so leise als alle anderen die ich im test hatte weil die lagen alle so bei circa 50 db und das ist verglichen fast doppelt dreifach so laut also je nachdem wie man das dann betrachtet aber es ist schon deutlich deutlich mehr und wie gesagt ist es auch den umgebungsgeräuschen hier geschuldet wenn das hier ein vernünftig gedämmter raum wäre und man hier wirklich laborbedingungen hätte dann läge die glaube ich noch deutlich runter war übrigens in der entfernung von 30 cm gemessen das ist das was ich immer mache dann demontieren wir jetzt mal die karte ich habe jetzt mal kurz so hingelegt dass wir auch mal kurz einfach ein blick auf den kühler werfen können die ganze demontage die wir jetzt gleich machen werden natürlich angefangen auf der rückseite machen wir natürlich mit unseren guten fixit kits das ist das marco precision kit das ist auch beim protech toolkit mit dabei das kann ich euch nur empfehlen da ist alles dabei was ihr braucht wenn ihr mal tablet zum beispiel auch demontieren wollte auch notebooks öffnen wollt ist noch diese ganzen opener tools mit dabei beim protech toolkit link findet ihr in der beschreibung da ist auch ein rabattcode der baut sehen könnt ihr eintragen spart ihr zehn prozent bei eurem einkauf bei fixit hier sind eben generell so die ganzen kleinen bits dabei die man braucht um grafikkarten zu demontieren bei der es ist relativ simpel da sehen wir alles einfach nur ganz normale kreuzschrauben aber gerade wenn man mal versucht so eine nvidia karte founders edition zu demontieren dann weiß man was abgeht wenn ihr euch wundert was das übrigens gerade im hintergrund war chic ist gerade mal wieder hochgestiefelt übrigens mal lustig wenn sie hier hoch läuft dann leitet immer dieses keylight so gute nacht die backplate sollte jetzt zumindest mal physisch was das metall betrifft identisch zur 30 70 dual sein das ist ja eigentlich die komplette basis der karte also die platine sollte eine 30 70 dual sein keine streaks was aufgedruckt wurde ansonsten habt ihr hier noch die möglichkeit zwischen dem p mode und q mode also performance acquired hin und her zu switchen ich habe den test mit dem q mode durchgeführt einfach nur weil ich mir denke wenn man sich diese karte holt dann wahrscheinlich weil man wert auf leistung performance und lautstärke liegt das ist für mich der einzige grund dementsprechend teste ich die auch im quiet mode das ganze lüfter shroud kann man übrigens auch abnehmen dazu muss man einfach hier vorne zwei schrauben und hier vorne schrauben demontieren also sie sind hier dran und hier dran dann kann man dieses teil prinzipiell komplett abnehmen allerdings nicht ganz so einfach weil hier auch doppelseitige klebeband streifen drauf sind das heißt man muss schon ein bisschen vorsichtig dran ziehen bei mir hat sich dann dieser noctua sticker da hinten ein bisschen abgelöst ist dann dran hängen geblieben finde ich jetzt aber erstmal alles nicht weiter schlimm und hier unten drunter finden wir dann die karte mit dem nackten kühlkörper den werden wir jetzt auch mal abmachen ansonsten ist die grafikkarte eigentlich identisch zur 30 70 dual oder zu 30 70 tough gaming übrigens diese wärmeleit pads hier alles zwei millimeter dick ist wohl auf den speichern als auch die hier bei den spannungswandern falls ihr die mal tauschen müsst aus welchen gründen auch immer keine ahnung ist zerrissen beim demontieren oder sowas dafür würdet ihr zwei millimeter wärmeleit pads brauchen was auch so minimaler kritikpunkt ist weil eigentlich ist zwei millimeter gerade auf den speichern schon relativ dick da könnte man so ein bisschen noch an der fertigungstoleranz schrauben vom kühler und dann vielleicht so 1,5 oder 1 millimeter pads verwenden das sollte die kühlleistung auf den rams und auch auf den spannungswandern wenn möglich noch ein bisschen verbessern übrigens noch ganz kurzer kleiner spoiler ich fand es thematisch sehr sehr passend denn ich habe in der zwischenzeit übrigens auch an einer noctua edition gearbeitet allerdings an einer 5700 xt ich will die karte ist noch nicht komplett zeigen aber da könnt ihr sehr gespannt sein das video sollte nächste woche dazu online kommen okay wir kommen jetzt zum schluss noch zu einer kleinen kleinigkeit und zwar habe ich mir natürlich auch die asus präsentation zu dieser karte angeschaut und da gibt es einen speziellen abschnitt und zwar zu dem thema kühler sorry übrigens an die jungs aus meinem discord die mich vorab gefragt haben was mit dieser karte ist und die gesagt haben die karte ist ja nur mit dem anderen lüfter eigentlich hattet ihr recht das muss ich nämlich auch mal dazu sagen also wenn ich mir das slide anschaue dann steht da drin asus and noctua engineers ran extensive simulations to optimize heat pipe placement and fin density to take full advantage of the air flow characteristics ich habe mich jetzt extra mal hingesetzt und habe online ein bild gefunden von der 3070 tough gaming computerbase vielen dank an dieser stelle dass ich mich bei euch bedienen durfte und habe dann einfach mal ich habe tatsächlich die finnen nachgezählt also wenn die finnendichte sich verändert hat dann müsste ja logischerweise eine andere anzahl an finnen da sein wenn der kühler von den außenmaßen gleich groß ist aber das ist soweit ich das sehen kann nicht der fall also ich habe die finnen hier nachgezählt das war genau das gleiche wie beim tough gaming kühler also so auf den ersten blick sieht er für mich identisch aus noctua falls es nicht der fall sein sollte meldet euch sehr gerne sagt mir bescheid falls ich da falsch liege aber von dem was ich gesehen habe ist das zu 98 prozent der identische kühler wie bei der tough gaming der einzige unterschied den ich spotten konnte war im oberen bereich auf dieser seite da ist der kühler hier minimal höher vielleicht so drei millimeter oder sowas ja aber das ja und die heat pipes sind genau gleich platziert also extensive ich habe keine ahnung was für ausgefallene simulation da anscheinend gemacht wurden aber das kann ich mir ehrlich gesagt so spontan nicht erklären also das ist für mich eher kategorie nonsense marketing ansonsten ist es eine extrem gute karte also was so die die temperatur lautstärke und sowas angeht für mich ein super ding letztendlich ist es aber halt nichts anderes als ich habe zwei ultra sowieso gute lüfter in so ein shroud gepackt und habe das auf die karte gezimmert um das mal kurz zusammenzufassen und design technisch muss man sich natürlich fragen klar jeder kennt von uns noktua aufgrund von der braunen farbe und entweder man mag das oder man hasst es es gibt eben viele leute die sagen ist mir komplett egal wie mein pc aussieht die haben auch heutzutage vielleicht noch gar kein seitenfenster ich kann es verstehen ich kann auch verstehen wenn jemand sagt rgb bleibt mir bloß weg damit verstehe ich auch voll und ganz aber man schränkt natürlich den käuferkreis schon sehr stark ein dessen muss man sich bewusst sein wenn man so eine spezielle farbwahl trifft das wäre genauso als würde ich die karte jetzt orange anmalen oder sowas das ist halt sehr speziell muss man mögen oder eben nicht ich persönlich finde es optisch eigentlich ganz nice ist natürlich schwer das in ein system zu integrieren weil zu dieser farbe nicht so viel dazu passt das ist leider eben der nachteil daran ansonsten wenn jemand einfach so eine extrem silent orientierte grafikkarte sucht ist das sicherlich ein nettes ding und auch der preis finde ich absolut okay wobei ich da auch sagen möchte das sind ja immer die die theorie preise der ist mit 830 euro usd ich weiß das nicht angegeben msrp hilft wahrscheinlich sowieso kein weil wir wissen die tough gaming und die und die dual liegen da ja schon drüber was die reellen straßenpreise betrifft deswegen ob das jetzt so viel weiterhilft weiß ich nicht aber ich würde jetzt nicht erwarten dass die karte jetzt unfassbar teuer ist und dafür denke ich ist das gutes ding also rein technisch gut die geschichte mit dem kühler weiß ich nicht so ganz wie gesagt meldet euch da gerne sagt mir bescheid falls ich da was übersehen habe ansonsten schönes ding vielen dank fürs zuschauen macht's gut bis dahin